Ich bin Lee Hirschel, ich bin 29, ich wohne mittlerweile in Saarbrücken. Ich habe auch eine Forderung an uns als Belegschaft. Die letzten Jahre haben deutlich gezeigt, wir haben immer wieder bewiesen. Gebt uns die Arbeit, wir schaffen sie. Aber jetzt in der aktuellen Lage, glaube ich, dass wir unsere Werkleitung an Acht weitergeordnet unseren Stuttgartern Vorgesetzten zeigen müssen. Wir sind Bosch Saarland und wir sind bereit für unsere Arbeit zu kämpfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017